Wer denkt, dass man mit der auf reinem Text, in diesem Fall Markdown-basierenden Notizen-App Obsidian, lediglich langweilige statische Seiten erzeugen kann, der täuscht sich. In diesem Video zeige ich dir, wie du mithilfe eines Community-Plugins Datenbank-ähnliche Abfragen über deine gesamten Notizen durchführen kannst und diese dann anschließend zum Beispiel in Form einer Tabelle oder eines Kalenders darstellen kannst. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Digitalisierung mit Kopf. Mein Name ist Stefan Lachner, ich bin Ingenieur und Gründer und auf diesem YouTube-Kanal dreht sich alles rund um das Thema papierloses Büro und digitales und effizientes Arbeiten. Wenn du dazu keine Updates verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall diesen Kanal und aktiviere auch die Glocke. Und wenn du die kostenlose Notizen-App Obsidian noch nicht kennst, dann empfehle ich dir als allererstes mal dieses Video hier oben zu schauen. Da habe ich dir ein bisschen mehr dazu erzählt. Außerdem habe ich zu Obsidian einen über einstündigen kostenlosen Videokurs produziert, den du hier unten in der Videobeschreibung findest. Klick da also gerne mal drauf, wenn dich das Ganze interessiert. Und dieses Video hier ist ein Ausschnitt aus der gerade in Produktion befindlichen Obsidian Masterclass. Die ist noch nicht fertig, du kannst sie aber schon mit Rabatt kaufen und bekommst dann automatisch jede neue Lektion freigeschaltet, sobald sie eben verfügbar ist. Den Link dazu findest du auch in der Videobeschreibung. Jetzt steigen wir aber direkt los mit dieser einen ausschnittsweisen Lektion aus der Obsidian Masterclass. In dieser Lektion wird es jetzt so richtig spannend. Wir schauen uns nämlich an, wie wir die Properties, also die Eigenschaften, die wir uns vorher angeschaut haben, dafür nutzen kann, um Datenbank-ähnliche Abfragen zu erstellen. Und um eine gemeinsame Basis zu haben, habe ich jetzt vier Dokumente erstellt. Einmal Properties Test 1, 2, 3 und 4, die ich euch auch als ZIP-Datei in die Videobeschreibung gepackt habe. Das findet ihr rechts bei den Anhängen. Könnt ihr euch einfach runterladen, entpacken und dann die jeweiligen Markdowns einfach in euren Vault, indem ihr es gerade ausprobiert, reinziehen. Und bevor wir jetzt wirklich loslegen können, müssen wir noch zwei, drei Kleinigkeiten klären. Und zwar, ihr seht hier im Grunde ist das so aufgebaut, dass das quasi vier Videos von mir sind, die ich hier verlinkt habe, mit dem jeweiligen Titel, dem Channel, einem fiktiven Rating. Zu dem Rating kommen wir gleich. Als Tag ist hier jeweils YouTube hinterlegt. Ihr könnt nämlich die Tags, genauso wie im Fließtext auch, einfach als Properties angeben. Wenn wir jetzt hier mehrere Tags hätten, dann könnten wir die hier hintereinander schreiben als Liste und die würden dann hinterher interpretiert werden, wie wenn wir sie hier im Fließtext geschrieben hätten. Und außerdem haben wir jetzt hier noch das Date, also das Datum, an dem das Video released wurde. Und hier unten habe ich jetzt ein bisschen Fließtext dazu geschrieben, inklusive noch ein paar Aufgaben, die wir erledigen wollen. Diese Aufgaben kann man mit Command L am Mac ganz einfach hinzufügen. Unter Windows müsste das Steuerung L sein. Kann man natürlich alles einstellen. Und als letzte Vorbemerkung, die noch wichtig wäre, ich habe jetzt aus optischen Gründen mal ein Rating hier in Sternen vorgenommen, um euch noch eine weitere coole Sache in Obsidian zu zeigen. Man kann nämlich mit einem Plugin auch Emojis verwenden. Das mag für den einen oder anderen wie eine Spielerei klingen. Ich finde das aber an manchen Stellen, zum Beispiel bei sowas wie Bewertungen, relativ praktisch. Um das auch wirklich nutzen zu können, was ich euch hier gezippt habe, müsst ihr kurz in die Einstellungen gehen. Dann bei Community Plugins, Browse und dann sucht ihr nach Emoji. Und die Emoji Toolbar, das ist genau das Plugin, das ihr braucht. Dann funktioniert das, was ich euch hier in die Videobeschreibung gepackt habe, ganz genauso wie bei mir hier auch. Gut, dann legen wir mal los, was DataView alles kann. Grundsätzlich kann DataView eure gesamten Notizen, die ihr in eurem Vault habt, wie eine Art Datenbank abfragen und in Form von Tabellen, Listen, einem Kalender oder sogar Aufgaben anzeigen. Aus diesem Grund habe ich eben auch diese vier Dokumente jetzt erstellt, denn über diese vier Dokumente wollen wir jetzt mal eine Datenbankabfrage starten, um euch zu zeigen, was dieses DataView denn alles kann. Natürlich müssen wir das Plugin vorher installieren. Dazu gehen wir wie immer in die Einstellungen, dann unter Community Plugins. Dann gehen wir auf Browse und suchen nach DataView. Hier ist es. Ich habe das Ganze schon installiert. Wenn ihr das noch nicht habt, dann einfach auf den Button Install und Enable, ganz wichtig, drücken und dann ist das Plugin bei euch aktiviert. Als nächstes gehen wir in die Options. Da kommen wir übrigens auch hin, wenn wir einfach nur in die Einstellungen gehen und dann bei Community Plugins auf DataView klicken. Und wichtig ist hier nur, dass Enable Inline Queries, dass das hier aktiv ist. Alles andere können wir erst mal so ignorieren. Gut, gehen wir da mal raus und legen uns ein neues Dokument an. Ich habe das Ganze jetzt DataView Test genannt. Und ich habe euch ja schon gesagt, DataView kann Listen, Aufgaben, Kalender und auch Tabellen aus euren Notizen erstellen. Und das schauen wir uns jetzt der Reihe nach mal an. Ich habe euch diese Beispiele, die ich jetzt hier reinprogrammiere, auch in die Videobeschreibung gepackt. Also schaut da mal gerne rein, um das direkt auch für euch auszuprobieren. Und wir können diese Abfragen von DataView jetzt hier in unsere Obsidian Notiz integrieren. Und das wird uns dann angezeigt als eben Liste, Aufgabe, Kalender oder Tabelle. Wir fangen mal an mit dem einfachsten, nämlich den Listen. Und so eine DataView Abfrage, die erstellen wir als Codeblock. Also öffnen wir jetzt erstmal die Kommandopalette mit Command-P und suchen nach Codeblock. Da ist es Insert Codeblock, das ist genau das, was wir brauchen. Weil wir aber ordentlich unterwegs sind, fangen wir auch direkt an zu schreiben, was wir da tun. Nämlich fangen wir an mit den Listen. Und die DataView Liste, die ist ganz einfach erstellt. Dafür müssen wir hier nur eintippen, List. Und jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir hier wieder rausgehen. Es passiert nichts. Warum? Weil Obsidian noch gar nicht weiß, dass es sich überhaupt ohne DataView handelt. Deswegen müssen wir hier hinter diese drei Hochkommata noch DataView schreiben. Jetzt wird aber immer noch nichts passieren, wenn wir hier rausklicken, weil ich in diesem Fall, in diesem Dokument, noch im Source Mode bin. Vermutlich seid ihr das nicht, aber falls das mal nicht funktionieren sollte, prüft auf jeden Fall, indem ihr hier auf diese drei Punkte klickt, ob ihr im Source Mode seid. Wenn ihr da nämlich seid, dann wird einfach nur der Quellcode angezeigt, ohne den auch auszuführen. Deswegen müssen wir den Hacken hier rausnehmen. Und schon seht ihr hier, wir haben eine Liste generiert. Cool. Und damit haben wir jetzt gerade hier eine Liste von unseren gesamten Notizen generiert, auf die wir direkt klicken können. Also wir können hier auf alle Notizen klicken und wir werden dann direkt auf diese Notiz weitergeleitet. Gut. Wir wollen jetzt aber eigentlich nur diese vier hier angucken. Und deswegen habe ich die mit dem Tag YouTube getaggt. Und wir können das DataView auch einfach sagen, bitte zeigt mir eine Liste an, aber eben nur alle die Notizen, die mit dem Tag YouTube getaggt sind. Und das passiert mit dem Schlüsselwort from. Wenn ich jetzt reinschreibe, list from hashtag YouTube, dann bekomme ich eben nur eine Liste von den Objekten angezeigt, die auch den Tag YouTube haben. Wenn ihr das Ganze bearbeiten wollt übrigens, könnt ihr entweder darüber hovern mit der Maus und dann hier zu diesem Symbol hier und dann auf Edit this Block klicken. Falls ihr aber einen Fehler gemacht habt und DataView gar nichts ausgibt, dann könnt ihr natürlich immer noch in den Source Mode zurück wechseln. Das machen wir mal kurz. Und da dann ganz bequem eure DataView-Abfrage bearbeiten. Was wir jetzt auch noch machen können, ist diese Liste auch zu sortieren. Da klicken wir einmal drauf, fangen eine neue Zeile an und sagen dann Sort. Dann die Eigenschaft, nach der wir sortieren wollen. Zum Beispiel nehmen wir jetzt mal das Release-Datum. Und dann kann man auswählen entweder Ascending oder Descending. Also aufsteigend oder absteigend. Wir wollen das jetzt mal chronologisch, also aufsteigend sortieren. Wenn ich jetzt da wieder rausklicke, dann werden die Videos in der Reihenfolge angezeigt, in der sie released wurden. Also zum Beispiel das hier, das ist das allererste von 2022. Dann hatten wir hier drei und zwei und eins war zuletzt. Und ich kann leider in diesem Kurs nicht auf alle Details von DataView eingehen. Die sind einfach zu mächtig. Aber ich werde im Praxisteil nochmal auf ein paar sehr spannende Features eingehen. Das heißt, wenn du dazu nochmal mehr sehen möchtest, dann wirst du im Praxisteil auf jeden Fall nochmal mehr Content dazu finden. Machen wir jetzt mal direkt weiter mit den Aufgaben. Aber das kann DataView nämlich auch. Dazu fügen wir wieder einen Block ein mit Code. Insert Code Block. Und das Schlüsselwort für Aufgaben bei DataView heißt Task. Analog wie bei den Listen machen wir jetzt Task from Hashtag YouTube. Und jetzt werden uns, wenn wir das Ganze hier als DataView auch markieren, wird uns jeder Task angezeigt, der in diesem Vault vorhanden ist, wo das entsprechende Markdown-File, in dem diese Aufgabe ist, den Tag YouTube trägt. Das heißt, was wir gerade bekommen, ist eine Sammlung aller Aufgaben von all diesen vier Dokumenten auf einer Seite zusammengefasst. Und was wirklich cool ist, wenn wir jetzt eine davon hier abhaken, dann wird die auch in der entsprechenden, na wo ist es, hier ist es, in der entsprechenden Markdown-Seite abgehakt. Also das synchronisiert sich hier. Bis auf Tasks ist DataView aber komplett lesend. Also wenn ihr hier irgendwas macht, ändert sich nichts am Original. Das einzige, wo DataView einen Einfluss hat, in dem es schreibend auf die Notiz zugreift, ist eben, ob ihr hier eine Checkbox gesetzt habt oder nicht. Und ihr könnt die Aufgaben sogar noch weiter spezifizieren und am Ende zum Beispiel sagen, bitte zeig mir nur Aufgaben an, die schon erledigt wurden oder die noch nicht erledigt wurden und so weiter. Das schauen wir uns aber nachher bei den Praxisbeispielen nochmal genauer an. Weiter geht's mit dem Kalender. Das ist nämlich auch ein sehr cooles Feature. Dazu fügen wir wieder ein Codeblock. Geben wir dem Ganzen noch eine Überschrift. Kalender. Und da schreiben wir jetzt rein, Kalender, das ist das Schlüsselwort für einen Kalender. Und jetzt müssen wir nur noch sagen, welches dieser Eigenschaften von den Dokumenten eben ein Datum ist, beziehungsweise das Datum ist, das wir im Kalender anzeigen wollen. Und das war ja die Eigenschaft, wenn wir hier nochmal drauf gehen, Date. Deswegen geben wir diese Eigenschaft hier mit dem Namen ein. Wieder mit der Einschränkung, dass das nur auf Markdowns aus dem Hashtag YouTube erfolgen soll. Deswegen from Hashtag YouTube. Jetzt markieren wir das Ganze noch als DataView. Klicken hier einmal raus. Und schon haben wir einen Kalender. Und wenn wir jetzt ganz genau auf diesen Kalender drauf schauen, dann sehen wir, dass an jedem dieser Tage, wo ein Release Date war, ein kleiner Punkt vorkommt. Natürlich mit einem Klick da drauf kommen wir auch direkt zu der Notiz. Das ist auch sehr praktisch. Und ja, ich finde diese Ansicht auch wirklich sehr, sehr gelungen. Bitte nicht wundern, eines dieser Daten liegt im Jahr 2022. Deswegen sehen wir jetzt hier auf dieser September-Ansicht nur drei. Wir könnten aber natürlich zurückgehen ins Jahr 2022 und einmal schauen, das müsste hier, genau da haben wir es, der August 2022, wo dieses Video hier hochgeladen wurde. Eine Anmerkung habe ich noch dazu. Ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, warum der Kalender mit einem Sonntag beginnt und nicht mit einem Montag. Das ist tatsächlich gerade auch in den Diskussionsforen zu diesem Plugin angesprochen worden. Und ich vermute, dass es da in Zukunft auch noch ein Feature geben wird, wo man einstellen kann, wann die Woche beginnt. Und aktuell geht das meines Wissens nach leider noch nicht. Und jetzt schauen wir uns das letzte Feature an, das Data View hier zu bieten hat. Das sind die Tabellen. Und die Art ist schon, wir starten auch hier wieder mit einem Code-Block. Nennen das Ganze Table from Hashtag YouTube. Sagen, dass das noch ein Data View ist. Und klicken einmal raus. Nicht wundern, das wird noch nicht das Endergebnis sein. Wir sehen nämlich jetzt hier das Gleiche wie vorhin in der Liste auch. Nur eben etwas breiter dargestellt. Das ist aber noch nicht das, was wir wirklich wollen. Aber gut, wir haben Data View auch noch nicht gesagt, welche Spalten wir alle sehen wollen. Das können wir jetzt hier noch einstellen. Ich mache mal eine neue Zeile mit dem From. Und spezifiziere jetzt, welche Tabellenspalten ich gerne hätte. Und ich hätte gern die Spalte Title. Und jetzt können wir auch sagen, wie diese Spalte heißen soll. Wir können die jetzt nämlich auch Deutsch nennen. As Title. Jetzt kriegen wir eine Spalte, die die Eigenschaft Title anzeigt. Also diese Eigenschaft hier. Die aber in der Tabelle später Titel heißen wird. Außerdem den Link. Der soll in Deutsch groß geschrieben werden. Rating. Das soll eine Bewertung sein. Und vielleicht noch dann. Wenn wir jetzt wieder rausklicken. Dann schaut das Ganze schon anders aus. Dann haben wir auf der linken Seite diesen Link, wo wir draufklicken können, um auf dieses Pfeil drauf zu kommen. Auf dieses Markdown-Pfeil. Hier den Titel. Hier den entsprechenden Link zu YouTube. Unsere eigene Bewertung. Und hier noch diese fiktive Eigenschaft umgesetzt, die entweder wahr oder falsch ist. Und auch hier können wir natürlich wieder sortieren. Angenommen, wir wollen zum Beispiel die Videos so sortieren, wie sie uns am besten gefallen haben, nämlich nach Bewertung. Dann können wir das ganz einfach tun, indem wir einfach wie vorhin auch Sort dazu schreiben. Rating. Descanning. Wir wollen ja, dass es von oben nach unten immer weniger Sterne werden. Wenn wir jetzt wieder rausklicken, dann sehen wir, oben sind die beiden mit 5 Sternen und unten sind die beiden mit 4 Sternen. Und wenn ihr das Ganze jetzt zu Hause nochmal nachbauen wollt, dann nochmal kurz der Hinweis. Ich habe euch die Properties Test 1 bis 4 jeweils zusammengezippt. Könnt ihr euch rechts in den Attachments runterladen und einfach über Drag & Drop, wenn ihr es entpackt habt, in euren Vault reinziehen. Das Plugin zu den Emojis müsst ihr noch installieren, sonst wird das Ganze hier anders dargestellt mit der Bewertung. Und den Code, den ich jetzt hier verwendet habe, den habe ich euch direkt in die Videobeschreibung in diese kleinen Codeboxen reinkopiert. Mich würden aber jetzt zwei Sachen interessieren. Erstens, wusstest du bereits, dass du mit Obsidian solche dynamischen Abfragen starten kannst und zweitens, jetzt wo du es weißt, was für Ideen hättest du, um mit Obsidian irgendwelche Datenbank-ähnlichen Abfragen über deine Notizen zu erstellen. Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten würde ich sagen, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Vielen Dank.